So liebe Leute, hier die erste Runde wieder Fortnite und das bedeutet ja wieder mit mir und jetzt gehen wir in die erste Runde. Mal sehen, was wir heute mal wieder zu viert haben können. Geht not down. Geht not down. Geht not down. Geht not down. Widerste aufpassen, hier sind die Wehten aus. Linke Seite vorne, links. kommt nach unten nein ist oben so bei mir ich habe ihn schnell bei mir ist ein welcher oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich brauche ganz schnell hilfe hilfe ganz schön hilfe ganz schön hilfe ganz schön hilfe ganz schön hilfe oh mein gott was machen wir wieder hier einfach was wir wieder machen ein block heißt es krank die schon maximilieren ich habe keine Ahnung was er macht das ist ja Leute, ich habe hier einen Gegner gehabt. Ich habe hier einen Gegner gehabt. Wer hat denn den Tresor da unten? Wer hat denn den Tresor da unten? Ja, das war ganz schön. das war Ah, liebe Leute, warte mal wieder ein Grab. Ah, liebe Leute, warte mal. 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 Ah, liebe Leute. Ah, liebe Leute, warte mal. Ah, liebe Leute, warte mal. Ah, liebe Leute. Ah, liebe Leute. Ah, liebe Leute. Hallo, ich komm hier Pass auf, ich mach euch jetzt noch Ich muss euch jetzt die ganze Zeit nennen Ja, aber ich hab die Kaffee hier noch Ok, bei Grusso, wo sind die? Ja Oh mein Gott Wir sind gut, ey Wir sind gut Oh mein Gott, das war echt Sau gut Ok, hier oben, hier oben, hier oben links Is Hier oben, hier oben, ماinono oh glück und unglück würde ich sagen, naja 10 kills haben wir schon, also ich 10 kills, ey guck mal bitte, ja Max wieder kommen zu mir Aua, ich wurde irgendwo abgeschossen, keine Ahnung Ich vermute mal von hier Let's go, bei mir sind die Okay Boom Ah, jungen 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 Ah, scheiße Kommt mal bitte alle mit Und heute eure Unterstützung für Maximilien ganz gut Besser beide, ich mach bitte hierher Oh, ey, das könnte wirklich ein bisschen sinken in der erste Runde Hehehe 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 jetzt Ich versuch mal direkt in die Zone zu gehen, am Besten, keine Ahnung. Kommt ihr bitte, oh mein Gott. Ich push irgendwo alleine rein, ihr seid noch gar nicht da. Wenn, seid ihr wohl ganz anders da. Noch 4 Leute, noch 4 Leute leben noch, aufpassen. Vor uns, vor uns. Keine alleine pushen, weil wenn wir jetzt wenig sterben sollten. Okay, der war easy, aber die anderen werden nicht easy sein. Die anderen werden nicht easy sein, das sind leider Gottes 3 Stück noch. Zum Glück sind wir zu 5 mit dem Bot. Also es ist nicht schlecht, dass wir die Runde eventuell gewinnen. Aber, ich bin guter Ding, ja. Okay, ja. Nach 5! Ende. Schritt! Schritt! Schritt, cultivation. Schnell! Ich weiß! Nein! Schnell! Schnell bei mir! Okay. Okay. I hit him. Okay. Es lebt noch ein einziger und ich weiß, dass er hierher geflogen ist. Okay. 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 der epischer sieg und ich sage dir immer mein liebensspruch hat es euch gefallen ein like mehr und 3 schieben bis zum zweiten video und da werden wir sehen haben wir die Krone behalten oder nicht in diesem Sinne